Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Xenoplate Chronicles Let's Play. Ich bin Rektalin und ihr schaut sich Play Games for You. Ja, müssen wir jetzt ein bisschen weiter kämpfen, kämpfen, kämpfen. Vor allen Dingen. Und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Bzw. ich glaube, wir sind gar nicht mehr da drinnen, ne? Müssen das wieder hinporten. Haben wir hier, äh, geschmiedet wie die Weltmeister in der letzten Folge. Na Gott, schon, Leute. So, jetzt aber. Braucht wohl immer ein bisschen, bis es reingeladen hat. E-Termine. Sieht doch schon besser aus. Nee, nee, nee. Nee. Ist hier irgendwie was schon? Nee, ne? Müssen wir hier wohl hin. Ja. Porten wir dorthin. So. Und hier runter ging's, glaube ich. Ja. Und dann hier runter. Ja, dann sind wir im Grunde genommen wieder auf dem Laufenden. Wenn ich das so deuten mag. So. So, da vorne können wir einsammeln. Ich würde ganz gerne auch gucken, ob wir hier irgendwie noch was abbauen können zwischendurch. Was ist denn das hier? Guck mal hier hoch? Ja, ne? Cool. Oh, wie war's? Boah, jetzt hat mich erschreckt. Was soll das denn, ey? So, sammeln wir mal alles ein, was wir einsammeln können. Okay. Schon wieder leer. Oder gibt's hier noch andere Sachen? Komisch. Ah, runter wird gehüpft, ich verstehe. Oh, das war ein bisschen zu früh. Aber egal. Na, komm. Was macht der denn da? Hallen wir ihn. Okay, das ist noch durchgegangen. So. Ah, hier unten wahrscheinlich. Hier ist mit ne große... Ja, genau. Gucken, dass wir hier tot hauen, was tot hauen geht. Vielleicht sollten wir uns selber auch mal heilen. Schwanken ist schon mal gut, trotz allem. Heels wäre noch besser. Wo ist er hinter? Hallen wir uns mal. So, komm, wir spielen hier. Na, komm schon. Was soll denn das? Können nicht umfallen. Okay. Das passt schon. Teilen wir sie mal. Okay, perfekt. Yes, auf jeden Fall umgeworfen worden. Jetzt können wir auch hier so mal ein Dreier machen. Hier werden wir jetzt nicht brauchen. Werfen. Gucken wir hier. Gucken wir noch einen dran setzen. Noch einen dran. Haben wir ihn umgeworfen tatsächlich. Wir haben jetzt zum ersten Mal zwei Sachen drangehängt. An die Kette. Ausgesprochen praktisch. Der ist aber auch ganz schön stark hier, der Kollege. Gibt's ja gar nicht. Umgeworfen hat's schon mal Blut. Wie kann er nicht mehr kommen eigentlich? Jawoll. Ich glaube auch eine gute Kiste. Hinten gibt's ja hinten noch eine Kiste. Hinten gibt's auch eine Kiste. Hinten gibt's ja hinten noch eine Kiste. Ach, das ist das, wo wir letztes Mal da umgefallen waren. Oder vorletztes Mal sogar. Egal. Jetzt gehen wir hier erstmal einsammeln, was wir einsammeln können. Das ist eine riesige Ader. Okay, da ist leer. Hier können wir aber noch. Da ist doch so eine Krabbe, oder was? Was ist das denn? So, jetzt haben wir die Ader erstmal kaputt gemacht. Wird auch vorschlagen, den machen wir auch gleich tot. Die Materie-Krabbel. Halten wir rein mal. Kein Problem. Und komm. Okay. Und kaputt ist er. Können wir eigentlich gerade auch mal gucken, ob wir da irgendwie was verbessern können, mal. Wieder. So. In hier den Luftteam hätte ich gerne nochmal verbessert. Das nächste können wir dann in diesen hier investieren. So, was wollten wir denn hier verbessern? Was wird's denn? Das Gesicht. Aura-Explosion. Hört sich doch ganz gut an. Aura-Explosion. So, das ist immer ganz nett. Trinkt das denn einen Kreis um den Hatzner? Ist ja auch ein AOE. Skillen wir den auch mal. Bei dir, was können wir dir hier so geben? Reinigungsschuss. Das können wir mal skillen. Das hier heilen wir, beziehungsweise skillen wir. Oh, das skillen wir. Feine einschläfern lassen, ist eine gute Sache. Und die Metallseife. Das können wir auch nochmal. Okay, das passt dann. Mal gucken, ob wir hier was organisieren können. Nee, noch nicht. Zumindest bei ihm noch nicht. Und hier auch noch nicht. Okay. Gehen wir mal wieder hier rum. Woher wir gekommen sind. Dann hier rüber. Ob wir da runterfallen sollten? Ich weiß es nicht. Mal erst mal den hier kaputt. Oh nein, ich bin runtergefallen. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho So, komm, schaden, schaden. So, was heilen, heilen wir uns. Schwanken ist eine gute Sache. Na komm. Was ist als erstes ready, ist die Frage? Dieses hier, dann machen wir den hier gleich hinterher. So, heilen wir sie mal. Und danach gleich den Freierkettenkram. Umwerfen. Und hier, nochmal einen Schuss hinterher. Und noch eine Kette drangehangen. Sehr gut. Na komm, die gehen wir da auch noch hoch. Na, auf, auf. Perfekt. Gebt noch einer? Ja. Oh nein, schon wieder runtergefallen. Können wir nicht im Kampf einsammeln? Alles nur, weil ich den Kisten ausweichen wollte. So, jetzt hab ich nicht hingeguckt. Verdammt. Egal. Wir haben den Kampf hinter uns gebracht. Und das ist das Wichtigste, letztendlich. Und zwei gute Kisten gab's sogar. So, gleich mal ausprobieren, ob wir da was mal jetzt anziehen können, eventuell. Beziehungsweise, ob sich das lohnt. So. Ne, Monado brauchen wir natürlich nicht austauschen. Ja, Blödsinn. Und schlechter, schlechter, schlechter. Weil das eine nicht für weibliche Charaktere, konnte man's fast in Erwägung ziehen. Ne, ziehen wir ihr das mal an. Nicht wirklich interessant bisher. Gucken wir hier aber mal mit Waffen durch. Stärke. Ist aber auch wieder für Frauen. Ne, nicht wirklich besser. Ne, passt mir nicht ins Konzept. Haben wir eh an. Okay, dann gucken wir mal nach Hosen. Ne. Auch die Hosen sind uninteressant. Jetzt setzt er die Schuhe. Haben wir an. Beziehungsweise haben wir die an. Sind ausgerüstet, ne? Ja. Wir haben die hier an. Die wären besser für uns, weil die hat Dings schon an. Egal. So. Das passt dann soweit. Gucken wir mal hier. Kollektion. Können wir da wieder was freischalten. Kategorie vollständig. Nehmen wir alles mit. Haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Sekten können wir auch schon wieder fast voll machen. Nehmen wir alles mit. Hier können wir auch. Das ist irgendwie nach Gebieten sortiert, wenn ich das jetzt richtig deute. Halt doch. Das wollen wir noch machen. Jetzt nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Alles klar. Nehmen wir mit. Beischalten, was geht. Haltledertop. Ist jetzt nicht so toll. Alles nehmen. Okay. Das nehmen wir mit. Auch mit. Stärke. Hier können wir noch was freischalten. Kann man auch freischalten. So. Haben wir im Grunde genommen. Soweit alles freigeschaltet, was wir freischalten konnten. Können wir hier den Kram mal einsammeln. Oh, was ist jetzt passiert? Der dritte Liebeskran nicht. Damit machen wir Papa glücklich. Äh, ja, okay. Wer ist Papa? Hauen wir erstmal die hier um. Zack, zack, zack. Immer schön drauf da. Heilen müssen wir noch keinen. Kommt, Grammage. Ja, aber mindestens. Den hauen wir auch nach oben. Alles andere wäre ja lustig. Na komm. Ich muss uns erstmal ein großes Schwert wachsen, bevor wir da drauf gehen. Ich hab so ein Schwert, ey. So ein Schwert. So. Ne, gehen dann eher hier rum. Da können wir was einsammeln. Und da gibt's schon wieder Kisten, ey. Und was denn? Gehen wir aber nicht hin. Ich will da jetzt nicht grad runterfallen. Ich will das hier einsammeln. Dreimal konnten wir sogar sammeln. Sehr gut. Großer Eiskristall. Noch einer. Noch einer. Was sind das? Irgendeine komische Tür oder was? Ein Schalter. Wir müssen einen Schalter finden, mit dem man das öffnen kann. Okay. Wie die das wollen. Können wir hier vielleicht gucken. Wie geht's denn hier entlang? Gibt's nur vielfalt einen Haufen Gegner. Machen wir uns alle um. Was hier so rumläuft. So. Das passt auch. Ist ja was, was wir abbauen können. Ich glaub ja, ne? Na, langsam teilen wir aber auch ganz schön was aus. Das ist irre praktisch. Ja, hier können wir wieder einsammeln. Wo ist? Oder hier? Hä? Ach nein, da drüber. Oben drüber können wir einsammeln. Okay, alles klar. Ich verstehe. Wenn wir hier runterhüpfen, was passiert dann? Sind wir hier? Waren wir hier schon? Oh, sehr gut. Wieder alles einsammeln. Oder wie? Nur zwei Sachen, oder was? Immerhin. Besser als nichts, würde ich mal behaupten wollen. Ich frage nur. Testbauungskrufe 4. Wo könnte hier denn so ein Schalter sein? Ich bin verwirrt. Verwirrt. Machen wir mal hier die Oschis kaputt. Wenn sie schon da sind. Können sie auch leiden. Feilen wir uns selber. Weil man das so macht. Die sich gegenseitige Bauchwinseln müssen. Ey, der Wahnsinn. Komm. Komm. Feilen wir ihn mal. Ja, komm. Jawoll. Sehr gut. Können wir hier auch die Kisten mal aufmachen. Alle zusammen. Problem an der Sache ist, aber es hat uns jetzt nicht irgendwie weitergeholfen. Das gibt es doch gar nicht. Ist hier vielleicht irgendwie ein Schalter? Nee. Können wir hier vielleicht rum? Hier nochmal hoch. Das können wir machen. Okay. Komm. Bienenlacht. Hier waren wir aber glaube ich noch nicht. Also Gold kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Und drei konnten wir einsammeln. Das ist natürlich spannend. Oh, was ist denn hier los? An die Katschstunde sind wir gekommen. Hier mal gucken. Hier vielleicht irgendwo ein Schalter oder sowas ist. Wo geht es denn hier rum? Hier geht es runter. Nee, da wollen wir nicht rum. Wo kommt man denn da rüber, ist die Frage. Vielleicht so. Das sieht auch ganz gut aus. Hä? Äh, ja, okay, wenn du das sagst. Ist halt schon fast unheimlich hier. Ganzen verrückten Sachen. Jetzt sind wir wohl dort, wo wir hinwollten. Gucken wir mal hier rum. In der Hoffnung, dass wir da eine Tür aufmachen können. Und? Und? Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Kann ich dazu nur sagen. Ausgezeichnet. Sammeln wir da den Spaß noch ein. Und dann ab. Dorthin. Wo wir vorhin waren und nicht weitergekommen sind, würde ich sagen. Müssen wir wahrscheinlich hier runter. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Und dann hier so links. Und dann nochmal hier rum. Dann nochmal hier links. Weil wir hier wieder abbauen können. Sachen sind also nicht verschwunden, wenn man sie einmal geerntet hat. Man kann sie immer wieder abbauen. So. Die Tür haben wir auch aufgemacht. Schon ein bisschen Angst gehabt, dass wir es vielleicht nicht finden werden. Aber. Die war unbegründet. Unbegründet. Begründet ist auch gut. Die Zentralkrube. Wirkt ja relativ gefährlich, muss ich sagen. Wie ein Bohrer oder so in der Mitte. Hm. Aber echt. Wo ist der Alte, ist die Frage. Und dann. Na, immerhin. Gute EP bekommen. Drücken wir mal hier den Knopf. Drücken wir mal hier den Knopf. Fahren wir mal runter. Was gibt es denn hier so schönes? Komische Brücke. Da vorne kann man wieder was abbauen. Und jede Menge Mechons. Oh, sie haben uns jetzt erst gesehen. Egal. Ja, unser trotzdem rum. Muss wir den Deal raushauen. Mal bleiben. Oh. Die Maschinengewehr produziert dann auch da. Hier. Müssen wir mal verzaubern. Jeder Schaden machen kann. So. Na, komm. Bin wir doch auch noch kaputt gehauen hier. Den nächsten. Wollen wir ihn mal. So. Und alles umgehauen. Sehr gut. Einsammeln, was wir einsammeln können. Alles klar. Das hier wird eingesammelt. Ist noch was? Ne, ne? Aber können wir hinten dann nochmal abbauen. Oh, oh. Zwei Wachen sozusagen. Zauberen. Hier, umgeworfen ist schon mal was. Na, komm. Oh, einen Dreier können wir machen. Umwerfen. Schießen. Einen haben wir. Sehr gut. Ja. Ja. Alles umgehauen. Und jetzt können wir es einsammeln. Geht eigentlich ganz gut im Moment gerade, würde ich sagen. Könnte schlechter sein. So. Dann würde ich aber auch sagen, dann beenden wir die Folge hier an dieser Stelle. Denn was auf dieser Brücke, beziehungsweise dem Borer los ist, das schauen wir in der nächsten Folge an. Bis dahin sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Euer Rektalin für WePlay Games for You. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Cheers. Ciao.